so hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen video hier aus kampland fort heute ziehen wir die 50 gewinner von unserem gewinnspiel zu meinem geburtstag ja vielen lieben dank für die knapp 2600 kommentare und knapp 14.000 aufrufe ja vielen lieben dank noch mal für 50.000 abonnenten das ist sehr 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 viel hätten wir auch selber vor halbem jahr nicht gedacht dass er so explodiert ja wir sind echt stolz so eine große community zu haben oder ja wirklich ich zumindest bin sehr sehr stolz und ja wir haben uns überlegt wie ziehen wir 50 gewinner ja es gibt eine zufalls generator app ja im prinzip hier so was da kann man einen link eingeben und quasi die gewinner herausfiltern ja das ist über zufall quasi die die user da oder die abonnenten rauswischt das machen wir 50 mal wo veröffentlichen wir die gewinner auf unsere seite prior-fashion.de ja das ist unsere online shop vielleicht kann man den gleichen link noch einblenden und wenn man hier auf home klickt werdet ihr eine liste bekommen mit allen gewinnern die gewonnen haben danach müsst ihr euch bei uns per e mail melden und wir bräuchten eure adresse und welche größe von dem t-shirt ja also die t-shirts sehen alle gleich aus nur es geht um ml xl etc ja wir können leider die t-shirts wenn ihr zum beispiel l bestellt ja können wir nicht mehr umtauschen als auf m oder auf s oder etc ja weil die werden ja speziell für euch gefertigt deswegen haben wir es vorher nicht gemacht weil wir hätten auch alle in l machen können und quasi ja was da ist verlosen aber wir wollen quasi ein t-shirt der für euch gemacht ist verlosen und deswegen machen wir die größen quasi nachträglich also schickt uns alles zu ihr habt bis zu diesem freitag ist der wir haben hier ein kalender bis zum 22 5 müsst ihr euch bei uns melden ja damit wir das vermerken quasi in der bestellung über ein t-shirt fertig machen und sobald die t-shirts bei uns eintreffen bekommt ihr auch eins per post ja schön ich freue mich wirklich riesig wer nicht gewonnen hat haben wir noch nicht mehr viele aber passen da glaube ich ne passen noch da bei uns im online shop und wer so ein t-shirt haben möchte der kann sich gerne auch ein t-shirt kaufen also die an die die das nicht gewonnen haben das ist das t-shirt und es werden nur noch 50 stück verkauft bzw wir haben schon ein paar verkauft und deswegen insgesamt 100 stück und es werden diese t-shirts nicht mehr produziert so sieht aus alles für euch eine limitierte version auf 100 stück vielen lieben dank fürs zuschauen vielen lieben dank für das mitmachen und ich hoffe wir hören uns wir sehen uns was auch immer in den nächsten tagen wochen monaten auf messen straßen egal wo ich freue mich vielen dank fürs zuschauen bis dann tschau